hallo freunde schön wieder dass ihr dabei seid ja wir haben im wald eine wunderbare sache entdeckt mit nach hause mitgenommen könnt euch erst mal angucken der kamera führt euch mal drum rum guckt euch mal dieses teil an ja alles original wunderbar erhalten das ist übrigens die granate die auch im panther verwendet wurde könnt ihr ja mal googeln naja die granaten haben wir im wald gelassen die kiste mal mitgenommen kleiner scherz so dass es unsere neueste errungenschaft jetzt machen wir es mal auf so hier noch mal kurz das schild bitteschön das ist wichtig könnt ihr mal gucken original von 43 naja aber wir nutzen das ding bloß naja hier sind ein paar säbel drin et cetera paar originale bajonette hier unten drunter aber auch replikas das wollen wir demnächst doch alles schön nach reviewen wenn euch das interessiert freuen wir uns auf eure klicks freunde tschüss